Na süße Gang? Wir haben die Küche neu gemacht. Seid ihr so nett und zieht jetzt mal da wieder ein? Darf ich euch ein bisschen helfen? Einmal kleines Feltis. Prima! Ja, wichtigsten Sachen sind geblieben, ne? Und gleich markiert, sehr schön. Essen, trinken, alles noch da. Achtung, Gleitschi kommt hinterher. Prima, Gleitschi. Du auch gleich da rauf, ja? Ja, guck dir alles an. Jetzt kommt die kranken Gang. So, Sputika Mausebein. Super, klasse. Auch gleich ein Klecks, ganz toll. Deinen Kopf müssen wir uns demnächst gleich mal angucken, ne? Da tut sich was. Ja, wollt's denn? Gut. So, jetzt kommt noch Little Haxe. So, lass mich mal durch. Little Haxe bringe ich mal ein Stückchen weiter rein. Hui! Wer fliegen kann, ist klar im Vorteil. So, Haxe Maus. So, ist krass. Jawoll. Ja, ich gucke erst mal kurz. Toll, mach dir das. Na, Haxe, geht das da für dich? Zeig mir mal bitte. Könntet ihr mal da wegrutschen? Ich glaube, Haxe möchte in den Krängel. So. Einmal gerutscht. Und nochmal gerutscht. Komm, jetzt sind zwei Krängel da. Nimm du mal kurz den bitte. Haxe, jetzt du. Zeig mal. Oh, du kannst ja sogar klettern mit deinem Wickelfuß. Prima, prima. Na, geht das dann? Zeig mal. Wo ist die Schwierigkeit? Jetzt hängst du aber nirgendwo fest, ne? Nö. Ah, jetzt hast du es. Warte, ich drück das noch ein bisschen weiter runter. Dann kommst du mit deinem Wickel besser runter. So. Okay. Gut, mein kleines Stiefelchen. Die nehmen wir mal gleich wieder raus. Ja, sehe ich schon. Gefällt mir nicht. Gut. So. Ach, wer haben wir denn da schon wieder? Hahaha. Du hast es aber auch echt gut drauf, dich dann mal leise anzuschließen, ne? Äh, anzuschließen. Anzuschleichen. Beides. Beides. Anschließen. Anschleichen. Ja, wer steht denn da? De Kapu. Hallo Kapu Bär. Soll ich dir zeigen, wo lang dein Weg dich jetzt gleich führen wird? Genau. In diese Richtung wieder bitte. Hushihushinausi. Hushihushinausi. Soll ich mal gucken, ob alles klappt. Hushihihi. Okay, läuft gut, ja? Guten Appetit, ihr Süßen. Häuaifyurs. Hushihushinausi.